Musik Wir sind in Kusamo in Finnland, auf der Höhe des Polarkreises. Und hier kann man ganz toll fliegen fischen. Das haben wir dann auch ausgiebig getan, die letzten zwei Wochen. Dann habe ich noch jemanden kennengelernt, den Mika Lapperleinen. Der ist Angelguide und der hat mir noch so ein paar tolle Plätze gezeigt. Und der ist Rentierfarmer. Wir konnten dann den Einstein trainieren, dass der Rentiere hirtet. Wie sagt man da? Hürtenhund? Naja, also dass der schäfert, hürtet. Hält mir doch mal einer. Wie heißt denn das? Naja, jedenfalls haben wir tolle Aufnahmen gemacht, finde ich. Und viel Spaß beim Zuschauen. Und bitte liken, also mögen, gut finden. Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Das ist schon alles. Und das ist jetzt... Häuser! Was willst du nicht? Wie solltest du dich hack? Du kannst du nicht logen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die Leute rufen dann schon mal an und beschweren sich, dass sie halt die Rentiere da so in der Nähe haben. Weil die kommen halt ungeniert ganz nah dran. Und ja, das sieht toll aus, aber die Hinterlassenschaften, die solche Tiere halt haben, die sind dann schon mal eine Geruchsbelästigung. Ja, und der Einstein, damit er nicht jetzt hinter denen wild herrennt oder bellt und macht einen Hut, sollte dann halt mal lernen, dass er sich ruhig verhält, wenn er halt die Rentiere sieht. Und das hat er auch toll hinbekommen. Ah, Einstein, wie war das? Ja, wir sind jetzt hier. Ich kann den Namen von dem Schluss nicht sagen, weil der hat mindestens 5 oder 6 Ä und 23 Y nennen sich und so weiter. Und außerdem ist das ein ganz geheimer Platz. Aber hier haben wir Spaß gehabt. Hier war der Mika. Ja. Nicht der Mika Häkkinen, sondern der Mika Lappaleinen. Und da haben wir dann hier so ein bisschen geangelt. Die Fische, die wir hier geangelt haben, die heißen Esche. Esche ist auch ein Salmonide, also ein lachsartiger Fisch. So ähnlich wie eine Renke. Und da gibt es eine ganze Menge von. Und da bin ich mit dem Fisch aus der Mika Lappaleinen. Und da bin ich mit dem Fisch aus der Mika Lappaleinen.